Als Seegefröne bezeichnet man in der Schweiz das komplette Zugefrieren oder Zugefrorensein eines Sees. Sein Eis muss so dick sein, dass man den gesamten See betreten und überqueren kann. Der hochhalemannische Begriff wurde 1963 in den Düden aufgenommen. In Süddeutschland und westlichen Teilen Österreichs wird überwiegend die bodensee-halemannische Variante Seegefröne oder die verhochdeutschte Form Seegefröne verwendet. Während kleinere, flache Seen in jedem kälteren Winter zu frieren, ist das bei größeren Seen ein seltenes Naturschauspiel, das Menschenmassen auf die jeweilige Eisfläche lockt. Die letzten großen Gefrönen in Mitteleuropa fanden im Winter 1962-63 statt, als zum Beispiel der Bodensee und der Zürichsee von einer dicken, begehbaren Eisschicht überzogen waren. Einige Schweizer Seen, wie etwa der Brinzersee oder der Urnersee, sind in historischer Zeit noch nie zugefroren. Entstehung Der Prozess der Abkühlung beginnt bereits im Spätsommer und wird durch klare Nächte, Schneefall und kalte, kräftige Winde gefördert. Die erste Eisbildung findet allerdings bei ruhigem Wasser schneller statt, da dann weniger Vermischung mit tieferem, noch wärmerem Wasser stattfindet. Generell gilt, dass ein tiefer See länger als ein flacherer braucht, um abzukühlen. Allerdings spielen auch andere Faktoren wie warme Zuflüsse aus Kläranlagen oder anliegende Berge, welche die Sonnenwärme reflektieren, eine Rolle. Da Wasser bei 4 Grad Celsius seine größte Dichte besitzt, bleibt das kältere Wasser an der Oberfläche und der See gefriert von oben her erst zu. Wenn der See bis in die Tiefe kälter als 4 Grad ist, in der Tiefe kühlt der See danach kaum noch ab, da keine Konvektion mehr auftritt. 8 10 10 10 11 13 14 14 15 15 15 13